Vor 25 Jahren, mit 21, habe ich das erste Dreifamilienhaus in Ludwigshafen gekauft, als Kapitalanlage. Seitdem hat sich vieles verändert. Immobilien sind teuer geworden, gute Objekte in guten Lagen schwer zu bekommen. Mit 21 ein Kreditvertrag zu unterschreiben, drei Gehaltsnachweise, positive Schufa und eine Selbstauskunft haben ausgereicht. So, dass wir die Darlehensverträge direkt beim Banker unterschrieben haben. Es war auch schon damals so, dass das mit der Rentensituation und der Vorausschau nicht so gut war. Aufgrund dessen habe ich das Ganze als gutes Investment gesehen. Nach wie vor steckt sehr viel Potenzial in den Immobilien als Investment. Mit einer guten Planung ist ein Immobilieninvest eine lukrative Anlage, die man für sich nutzen kann. Wer heute in Immobilien als Kapitalanlage investieren möchte, braucht kein großes Vermögen. Ich brauche ein kleines, aber festes Einkommen und brauche weiterhin eine positive Schufa. Mit guter Planung können wir sogar ohne Eigenkapital in Immobilien investieren. Gewohnt werden muss immer. Und eine Immobilie gut zu planen, ist immer noch ein nachhaltig sicheres Investment. Für viele ist es nur so, dass das Wissen fehlt und die starken Partner, um das alles umzusetzen. Wir unterstützen dich bei der Suche der Immobilie. Wir helfen dir, eine Finanzierung aufzubauen, was auf deine Lebenssituation passt. Wir können ein Airbag um dich herum bauen, sodass du weichfällst, wenn irgendwas passieren sollte. Mein Name ist Thorsten Badl. Ich bin Geschäftsführer der Invesio GmbH und freue mich auf deine Erfolgsgeschichte. Vereinbare heute noch unser Erstgespräch unter www.invesio.de www.invesio.de